Zu Beginn dieses Videos möchte ich mich erstmal von About the Fruit, der NPD und Young Moral Apostle distanzieren. Denn es geht um das Statement von About the Fruit zu Young Moral Apostle. Soweit ich weiß, geht es hierbei darum, dass About the Fruit tatsächlich Outlaw Sass in seinem Chat nicht gebannt hat. Und das war der Vorwurf gegen ihn. Ja, ist natürlich eine kritische Lage. Ich wüsste nicht, wie man sich in so einer schweren Situation mit so schweren Anschuldigungen konfrontiert dazu sinnvoll äußern könnte. Es ist natürlich schon sehr, sehr hart. Aber gehen wir mal rein. Gehen wir mal rein. Also hallo YouTube. Ich beziehe jetzt Stellung zu dem Vorwurf von Young Moral Apostel, wo er mir unterstellt hat, Ich würde eben gegen... Ich hätte mich nicht ganz klar von der NPD distanziert, als er das von mir verlangt hat. Und da... So, jetzt mach mal. Hä? Hat er noch immer nicht gemacht. Guck mal, ich distanziere mich quasi jeden Tag von der NPD. Also ich stelle mich morgens erstmal vor den Spiegel und sage, ich distanziere mich von der NPD. Nee. Sonst ist man automatisch einfach Fan. Also jetzt mal ganz ernsthaft. Wer ernsthaft glaubt, dass man sich von einer extremistischen Partei wie der NPD per Sprechakt regelmäßig distanzieren muss, der hat das System nicht ganz verstanden. Niemand sollte ausgehen davon, dass jemand bei einer Partei wie der NPD automatisch Fan ist, solange er sich nicht explizit distanziert hat. Also natürlich kannst du in Verdacht kommen, da Fan von zu sein, wenn du vielleicht irgendwie bei Frank Franz Tier 3er bist oder so. Ja gut, das akzeptiere ich. Aber ohne irgendeinen Verdacht eine Distanzierung von so einer extremistischen Partei zu fordern, ist halt wirklich Quatsch. Da fangen wir so weit vorne wie möglich an. Okay, weil was Jung Moralapostel nicht gemacht hat, ist den Kontext richtig darzulegen, den Kontext zu nennen. Das war komplett kontextlos von ihm. Und ich sag's auch nochmal. Das ganze Video war ein einziger Fiebertraum. Direkt, ich hab das schon in meinem Stream gesagt, ich sag das nochmal für das YouTube Video. Ich werde mich nur auf seinen Vorwurf, werde ich mich beziehen. Ich werde nicht auf das gesamte Video von ihm reagieren. Ich nehme jetzt nur Stellung auf den Vorwurf gegen mich, weil das ist mir wichtig. Ja, in dem Video ging es ja auch zu teilen, auf jeden Fall auch um mich und um Outlaw. Deswegen haben wir ganz drauf reagiert, zusammen mit Nachtschmied. War sehr witzig, deswegen schau da gerne rein. Weil auch an dem Punkt habe ich auch das Recht, mich zu verteidigen. Und ich finde einfach auch, dass das eine komplette Falschdarstellung ist. Und das versuche ich jetzt hier darzulegen. So. Mit Quellen. Weil ich hab alles da. Und jetzt müsst ihr mir ganz kurz Zeit geben, weil ich muss jetzt einmal ein paar Sachen vorbereiten. Guck mal, Stand jetzt hat es sich immer noch nicht von der NPD distanziert. Das muss man halt mal verstehen. Ich muss erst mal auf meinen Kanal gehen, mich muten. Dann auf den Chat gehen. Das hier. Kann ich den Chat auch rausholen eigentlich? Ne, den kann ich nur einklappen. Okay, egal. So, User, Jung, Moral, Moral, Apostel. Da hat sich auf jeden Fall einer mies vorbereitet. Okay, Leute. Ganz kurz. Ah, ne, ganz kurz eine Frage an die Mods. Wie war das nochmal? Nicht mit User, sondern Slash User. Das war ein anderer Befehl, ne? Das war nicht User. Slash User. Wie war nochmal der Befehl? Slash User. Ah, doch, das war User. Entschuldigung, ich sehe es gerade hier. Sorry. Hier. Alles gut, Leute. Einmal haben wir das da. Ich zeige euch gleich ein Bild. Ganz klar im Moment. Jetzt würde ich nochmal ganz kurz den VOD. Der war an welchem Datum? Da bräuchte ich nochmal ganz kurz die Hilfe der Moderatorin. Weil müsste eigentlich der letzte Tag, wo Jung, Moral, Apostel, reingeschrieben hat, sein, oder? Auch der Stream ist wichtig. Von wann waren das VOD? Ich glaube, das war am 29. oder? Oder war es am 31. Vorher hat den ganzen Screen. Was für ein Screen denn? Hä? Vorher hat den ganzen Screen. Aufzeigen, kein Screen. Oder um was geht es gerade? Sogar die Verwirrung ist verwirrt. Ich mache mal ein bisschen schneller. Ich dachte, er hätte das geschnitten. Ich kann es jetzt nicht abschreiben. Hä? Irgendjemand von der WhatsApp aus dem anderen Stream-Shot. Oder hat die Widerste Nachrichten auf jeden Fall. Achso. Ja, das ist ja okay. Aber nee, ich will es ja schon richtig zeigen. Ich will ja nur davon Moral, was man in den Video angeht. Deswegen ist das Video so lang. Ja. Jetzt kommt seine Mitarbeiterin oder Freundin rein. Man weiß es nie. Ist ja auch immer bis zu einem gewissen Grad das Gleiche. Und sagt, dass... Falls ihr es nicht verstanden habt. Ein Mod stehen Screenshot hat. Achso, wegen den Nachrichten der anderen. Ja gut, das kann man noch zusätzlich zeigen. Seine Frau Kekwe. Wie gesagt, es ist zu einem gewissen Grad... Ähm... Gibt es ja Überschneidungen. Okay, 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 okay. Ja, nee, danke. Das stimmt. Okay. Aber das war doch nicht der Achtende, oder? Ich habe aber nur 17 auf 19. Ja. Das sind zwei Tage. 17, 17. Ja. Hieß der, was steht heute an? In unserem Gehirn. Und... Moment. Alles gut, Profesor. Also wie gesagt, ist ja okay. Na, du hast... Es kann dich zerstören, im schlimmsten Fall. Okay, warte mal. Das ist der Stream auf jeden Fall. Das passt. Den mache ich auch mal gerade auf. Ich bereite euch schon alles vor. Gib mir noch eine Sekunde. Warum machst du das nicht vor der Aufnahme? About a fruit. Come on. Einfach hier erst starten und jetzt an Moderation machen. Ich habe das bei meinem... Ähm... So, Fullscreen hier einmal. Ne, noch nicht. Alles gut. Okay. Wir fangen jetzt aber... ...mit dem Chatverlauf an. Okay. Und dann zeigen wir euch jetzt gleich durch Screenshots, die mir Feueratix netterweise noch zuschickt. Ähm... Dazu kommen wir aber gleich. Oder kommen wir damit zuerst? Ne, dann... Ja, ich mache es schon mal auf. Wartet mal. Okay. Danke, Feueratix. Vielen, vielen Dank. So, aber... Weil ich das jetzt wirklich transparent machen will, okay... ...werde ich euch auch... ...den Chatverlauf zeigen. Also aus dem Chat mit User. Und damit fange ich jetzt an. Okay. Also. Gehen wir einfach hier rüber. Wie gesagt, das ist jetzt der Stream hier. Tut mir leid. Aber ich habe jetzt einfach den Chat hier aufgemacht. Also hier ist der Chat. Deswegen. Also. Wir haben hier quasi die... Also ich habe jetzt hier quasi Jungmoralapostel und seine Nachrichten. Okay. Und damit fangen wir an. Und dann gehen wir weiter zum Video. Dann zeigen wir euch noch den Kontext mit den Nachrichten, die uns Feueratix geschickt hat. Aber nur... Okay. Wem folgt About the Fruit denn so? Kronk? Farbenfuchs? Okay. Okay, die Restlichen kenne ich nicht. Hand auf Blatt und Stay. Okay. Ich glaube, ich wollte Stay auch, aber... Nur ganz kurz, damit... Okay. Weil... Und Phoebe folgt da nicht. Skandal. Der Kontext sehr wichtig ist. Der ist unglaublich wichtig, um hier das Ganze richtig zu biegen. Also. Erstmal. Haben wir hier die Nachricht von Jungmoralapostel... Ach, ich fange mal am besten da an, wo... Oh, Mann. Okay, das war am 31.03. Frohe Ostern, meine Lieben. Wir müssen jetzt auch nicht drüber gehen. Wobei, ehrlicherweise... Warte mal, kann ich es größer machen? Ja. Ich muss hier zu sagen... Ähm... Drück hier einfach mal auf die Stopp-Taste. Das macht mich total nervös. Es gibt hier mehr Unstimmigkeiten. Aber das ist egal. Erstmal. Vorerstmal. Wir bleiben erstmal hier. Und... Auch wichtig ist auch auf die Zeit zu achten. Aber ich gehe mal... Ich gehe mal zu der ersten gelöschten Nachricht. Warte mal. Also hier. Also erstmal hat er hier geschrieben... Genau. So läuft das. Na, hat er irgendwie so geschrieben. Ganz kurz, um jetzt den ersten Kontext zu geben... Zeige ich euch gleich auch nochmal. Keine Sorge ist... Wir werden euch das... Also ich werde euch das auch gleich im VOD zeigen. Aber ich fange jetzt mit dem Text an. Weil natürlich im VOD... Sind die Nachrichten jetzt gelöscht. Okay? Ja gut. Also das hat Wombs Cut halt direkt gelöscht. Sehen wir hier. Das ist auch noch gelöscht. Gelöscht. Also da wurde noch gar nicht getimoutet. Deswegen fange ich jetzt bewusst mit dem Text an. Weil im VOD werden wir das nicht mehr sehen. Weil es ja... Weil er ja gebannt ist. Und weil seine Nachrichten gelöscht wurden. Okay? Deswegen versuche ich euch jetzt so ein bisschen... Und jetzt... Wir müssen halt jetzt auf die Zeit achten. Na? 0 Uhr 51. Weil ich werde versuchen... So ungefähr im Stream auch ungefähr diese Stellen zu gehen. So, damit wir ungefähr verstehen... Wann hat er was gesagt. Okay? Also. Da hat er geschrieben, genau so läuft das. Da ging es irgendein... Also nur damit ihr versteht. Es ging in diesem Stream... Nein, es wurde alles automatisch gelöscht. Weil jemand... Getimoutet wird. Achso. Er hatte hier einen Timeout. Das wurde gar nicht gelöscht. Okay. Gut. Dann hatte er es gerade auch falsch erklärt. Gegen Radikalismus. Okay? Und seine Antworten... beziehen sich quasi auch auf Radikalismus. So. So. Rechtsextreme sind nicht für Auslöschung. Ist das neue Nazis waren links, oder? Also hier erstmal... Eine... Wie gesagt... So nachschmied. Jetzt Stellungnahme. Behaltet jetzt erstmal nur die Nachrichten so im Kopf. Im BOD werdet ihr erstmal verstehen... Hä? Äh... Wie soll er das gesagt? Okay. Aber jetzt fangen wir damit an. Das wurde nie gesagt. Das müsst ihr verstehen. Also hier wurde eine Nachricht gelöscht. Weil er einfach komplett... Random... Etwas geschrieben hat. Was so überhaupt nicht zum Thema passt. In keinster Weise. Der hat einfach nur provoziert. Okay? So. Nee, aber bereit, Leute zu supporten, die das machen. Völlig anders. Äh... Völlig anders. Okay? Soweit ich weiß, hat Outlaw auch schon gesagt, dass er die NPD beziehungsweise Heimat auch absolut nicht feiert und auch verurteilt. Also selbst das ist halt kein sinnvoller Vorwurf an der Stelle. Dann geht es hier weiter. Was schätzt du? Und jetzt lass ihn weiter seine Aufklärung betreiben. Wurde halt auch gelöscht, ne? Ähm... Neu ist immer besser. Ernst Röhm, blablub. Ne, stimmt. Die werden Gefahr genannt. Blablabla, Moral. So ein Schwachsinn. Wer hingeht und sagt, lass die Moral raus, zeigt damit selber keine Moral zu haben. Und wer bewusst keine Moral hat, verschließt damit auch bewusst die Augen vor allem... Vor allem Unmoralischen. Zitat. Young Moral Apostel 2024. Ich glaube, das ist ein RR, oder? Was Real Talk oder keine Ahnung, bösartig ist. Leute, die sagen, lass die Moral raus, haben keine Moral. Und verlangt pleite dich. Andere sollen keine Moral haben. Was für eine idiotische Aussage. Also, auch das wurde einfach von mir nie gesagt. Aber es ging halt in diesem Moment, ging es um Moral. Ah, really, really. Ah, okay. RR ist really, really. Oder Real Rap. Okay. Also, auch hier, die Nachricht wurde gelöscht, weil es einfach in keinster Weise meine Aussage wiedergegeben hat. Also, er hat hier... Vor allem, die Aussage ist ja noch nicht mal initial falsch. Also, das mit dem Moral-Relativismus ist halt, übrigens ein neues Wort, was ich erfunden habe, ist halt sogar eine philosophische Position, die man for real einnehmen kann. Einfach nur, was soll ich lesen? Es wurde gelöscht, weil... Nein, nein, nein. Ah, ah. Nee, 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 nee. Nein, nein, nein. Es wurde nicht deswegen gelöscht. Nein. Nein. Weil hier ist es nicht gelöscht. Halt's, bitte. Hier. Aber hier. Das ist ja nicht gelöscht. Es ist gelöscht, weil er gebannt wurde. Ja, aber hier ist es nicht gelöscht, weil er gebannt wurde. Wunschi hat das nicht gelöscht. Die erste gelöscht Nachricht war eine ganz andere. Kommt hier weiter unten. Geben Outlook. Okay. Also Regel Nummer 1 wird hier schon um uns achtet. Frau hat immer recht. Also geht es eher um den Tag, oder wie? Aber hier ist doch gelöscht worden. Ich glaube, es lag daran, dass er zu dem Zeitpunkt ein Timeout hatte. Hä? Okay, das macht die Sache jetzt ein bisschen komplizierter. Also ich weiß gar nicht, was gelöscht wurde. Ja, ich kann dir sagen, wurde eine Nachricht gelöscht und wurde von mir gelöscht. Die erste Nachricht, die ich gelöscht habe, und danach hat Bunschi was gelöscht. Und dann hat er ein Geban. Okay. Ich schreibe hier, welche ich gelöscht habe, okay? Alles klar. Ankert, ja. Ne, alles gut, Leute. Es ist ja auch wichtig, dass hier, ähm... Ey, ich hatte genauso keine Ahnung, was das mit dem Timeout zu tun hat. Aber gut. Also geht es wirklich nur um den Tag, okay? Das ist ja auch alles wichtig. Ich habe ja keine Ahnung, wie... Also ich habe selber nie moderiert. Ich habe doch keine Ahnung, wie moderiert... Also was... Wie das unter Moderat... Das geht mir aber ähnlich. ...Sationsdingern läuft. Ich habe jetzt halt nur das gesehen und dachte, ja, okay, wurde gelöscht. Mhm. Ah, okay. Du hast über eine Grenze gescrollt. Alles klar. Also das heißt, alle Nachrichten wurden gelöscht. An dem Tag, wo er gebannt wurde, weil es quasi am selben Tag war, oder? Ja. Glaube. Was wärst du nur ohne deine Frau? Ja, gut. In dem Fall ist es aber halt natürlich auch einfach ohne die Moderatoren. Das sind jetzt einfach Dinge, die ich... Ja, also meine Frau, aka, ich brauche Moderatoren, also... Hey, wenn ihr keine Frau habt, wenigstens habt ihr Moderatoren, hoffe ich. Natürlich als... Die kann ich natürlich erstmal so nicht wissen, weil ich halt nicht moderiere. Das bezieht sich immer auf den Stream. Wie trocken war dich dieser Aussage, bitte? Okay, da tut's mir leid, Wumskat, sorry. Dann müssen wir das jetzt ein bisschen anders machen. Also diese Nachrichten sind dennoch relevant, aber... Um es natürlich jetzt richtig zu stellen, aber das werden jetzt die Moderatoren auch machen. Ich werde jetzt einfach weiter im Kontext runtergehen. Und die Mods werden jetzt einfach sagen, ab wann sie die Nachrichten gelöscht haben, okay? Sprich, diese Nachrichten... Also ich fange nochmal von vorne an, Mods sagen einfach gelöscht, ja, nein. So, die wurden aber alle gar nicht gelöscht in dem Fall. Wird eine Chatperson gesperrt, werden automatisch alle zuvor geschriebenen Nachrichten dieser Person mitgelöscht. Selbiges passiert meiner Erinnerung nach auch bei Timeouts. VIPs verlieren, glaube ich, bei TOS sogar ihren VIP-Status. Alles klar, okay. Ja gut, der hat er aber noch bei mir. Also genau, das hat er noch so geschrieben. Ja, dann haben wir die Nachrichten. Die habe ich ja schon vorgelesen. Die habe ich ja vorgelesen. Wir waren ja jetzt hier quasi. So, dann gehen wir weiter. Hier gab es eine Erwähnung mit einem Lachen. Jetzt wird es schon ein bisschen absurd. Jetzt fängt der junge Moralapostel hier schon an, seine komischen Fragen zu stellen. Alles klar. Wann talk mit Frank Franz... Warum sollte man mit Frank Franz reden? Der ist Chef der Heimat. Warum? Wer hat das vor? Das würde doch niemand Normales machen. Außer Seller. Aber es war ja ein kritisches Gespräch. Auch wenn es nicht so richtig gut war. Aber gut. Seller war wirklich der Einzige, der diese Grenze überschritten hat. At the border of route. Kurze Frage. Wurde diese Nachricht auch... Wurde die gelöscht oder wurde die stehen gelassen? Aber ich glaube, ich habe hier sogar gefragt, wer das sein soll. Keine Ahnung. Dann hat er irgendwie nochmal gefragt. Also um 1.04 Uhr... Die haben wir stehen gelassen. Okay. Pass auf. Um 1.04 Uhr. Eine Minute später schreibt er nochmal... At the border of route. One talk mit Frank Franz. Lässt sich in 0, nichts einrichten. Erzähl mal. Okay. Also eine Minute danach hat er quasi einfach die Frage nochmal gestellt, weil er ganz offensichtlich eine Antwort wollte von mir. Zwei Minuten später, wie du schließt aus? Okay. Keine Ahnung. Ich würde sagen, das Einzige, was ich so... Also was mich tatsächlich interessieren würde, so an Leuten wie Frank Franz und Co., ich würde privat mit denen reden. Ich sehe, da kann ich keinen Schaden anrichten. Ich weiß, dass er mich auch nicht umstimmen können wird. Das wird nicht passieren. Aber öffentlich habe ich tatsächlich zu viel Angst, dass ich dann vielleicht im Gespräch Fehler mache und dann tatsächlich dafür sorge, dass er gut dasteht oder so. Privat kann ich ja nichts, quasi keinen Fehler machen. Ich kann natürlich trotzdem versuchen, ein bisschen gegenzuargumentieren, aber ist ja auch egal. Ich muss ihm ja eigentlich nur zuhören, um vielleicht zu verstehen, warum Leute so denken. Worauf das bezogen war. So dann Umdeutung over 9000. Okay. Ich höre jemanden zu, der meine Meinung ist. Ist gleich, ich höre mich selber gerne reden. Save. Okay. Machen wir aber nicht. Na Gott sei Dank. Keine Ahnung. So dann fast so verrückt, wie Leute, die nur von liberal und linksradikal sprechen. Hier fängt schon wieder an, absurd zu werden, weil in diesem gesamten... Und das werdet ihr gleich im VOD sehen. Nochmal. Wie gesagt, das VOD folgt jetzt gleich. Nur damit ihr die Absurdität hinter all dem einfach versteht. Und warum einfach Moral Apostel hier einfach nur, einfach nur wild provozieren wollte und das... Na, er meinte ja auch im Video, er hat seinen Bann provoziert. Er einfach auch... Wenn man Streamer so nervt, kriegt man halt irgendwann einen Bann. Und dann kann man sich noch so sehr auf die Fahnen schreiben, dass man gegen die NPD ist. Bin ich auch, aber ich... Ich nerv halt nicht andere Streamer. Das ist der Punkt. Komplett... Ich glaube, jeder normale Mensch ist gegen die NPD. Nicht beim Thema war und dass er mir hier Dinge unterstellt hat, die so einfach nicht sind. Die einfach so nicht stimmen. So, weil in meinem Stream gegen Radikal ging es um jede Form von Radikal. Und das erwähne ich auch. Das sage ich sogar. Man wollte mich aber hier einfach nicht richtig verstehen. Man wollte mich hier umdeuten. Und deswegen ist die Kritik von Jung Moral Apostel nämlich nicht based. Und das ist das Problem. Weil Leute, die sich das YouTube-Video von Moral Apostel anschauen, die denken einfach nur so. Die sehen das einfach nur so aus dem Kontext geschnitten und denken sich so. Ah ja, der hat aber Moral Apostel irgendwie schon einen Punkt. Nein. Der hat sich nicht von der NPD distanziert. Hat der aber nicht. Weil wenn man den Kontext kennt und wenn man sich den Stream angeschaut hat, dann sieht man nämlich, dass das so einfach nicht war. Weil in dem Stream öfter gesagt wurde, dass sich das auch immer gegen rechte Radikalität richtig richtet. Und ich sage das im Übrigen mehr als oft genug, dass ich generell gegen Radikal bin. Und wenn ich liberal bin, dann schließe ich rechte Radikalität nicht ein. Bruder, das liegt doch bereits im Sinn. Du kannst doch nicht sagen, ich bin liberal, aber Rechtsradikalität ist okay, aber Linksradikalität ist böse. Dann bist du... Ne, das geht tatsächlich nicht. Aber das versuchen auch manche, die so sagen, ah, Rechtsradikalität gar nicht schlimm. Oh, Linksradikalität gar nicht schlimm. Ey, guck mal, Linksradikale, die bringen doch niemanden um und so weiter. Das ist wirklich so. Du bist doch nicht liberal. So, aber egal. Dass allein das junge Moralapostel hier alleine schon irgendwie Probleme hat mit Logik, das will ich mal außen vor lassen. Aber die einzige Prämisse, die er wirklich von Anfang bis Ende des Videos super gut verargumentiert hat, war, warum Outlaw jetzt ein Rechtsradikaler ist. Das hat er am Anfang gesagt und dann nicht einmal verargumentiert, warum er auf diese Idee kommt. Und wir bleiben mal hier. Okay? Also, dieser Satz ergibt keinen Sinn, weil ich mich gleichzeitig auch immer gegen rechte Radikalität ausgesprochen habe. So, und ich sag das auch jetzt nochmal. Ich distanziere mich ganz klar von NPD und AfD und Co. Auch wenn man... So, wir skippen das. Er hat das nie gesagt. Er hat sich bis heute nicht distanziert, Kappa. Das eigentlich weiß, wenn man mich kennt. Aber die, die mich nicht kennen, sag ich es nochmal sehr gerne. Du musst dich nicht von etwas distanzieren, was so klar extremistisch wie die NPD ist. Ich meine, wie erwartest du das? Ja, distanzierst du dich von Adolf Hitler? Hast du dich heute schon von Adolf Hitler distanziert? Ey, das ist so wild. Ey, ich verstehe ja, dass er das sagt, weil sonst wirkt das tatsächlich sass. Und natürlich möchte man nicht mit der NPD in Verbindung gebracht werden. Aber der Default ist doch, dass man sich von der NPD distanziert hat. Gott, ich muss mich dich doch nicht morgens vor den Spiegel stellen und sagen, ja, heute distanziere ich mich ausdrücklich von der NPD und vom Dritten Weg. Und von... Was ist noch eine radikale rechtsextreme Partei? Und von der AfD. Und von... der schulmedizinischen Verjüngungsforschung. Okay, nein, die haben bei allen Punkten neutral und die sind eigentlich cool. Aber... Ich distanziere mich von allen. Gerne. Die Rechte. Ich distanziere mich selbstverständlich von sowas. Ich distanziere mich von allem, wofür ich mich nicht ausdrücklich bekenne. Stimmt, er hat auch NPD gesagt und nicht die Heimat. Er distanziert sich vom alten Namen, aber nicht vom neuen. Hört ihr das? About the Fruit hat sich von der NPD distanziert, aber es sagt mit Absicht... Mit Absicht nichts zur Heimat. Ich glaube, der lebt einfach in der WG mit Frank Franz auch. Das ist doch ein Dog, wüsste schon wieder. Und diese Narrative und diese Ideologien und diese... Diese Politik, AfD und Co. Könnt ihr nicht ferner von mir sein. Aber egal. Wir machen weiter. So, dann irgendwas hier. Ich habe dann, glaube ich, darauf geantwortet sogar. Doch, hast du? Nein, ich bin nicht von Anfang dabei. Aber schon klar, dass das alles nicht so ist. Okay, lass VOD an und guck dir die letzte halbe Stunde an. Hau rein. Also, hier habe ich im Prinzip dann auch geantwortet. Also, ich habe darauf geantwortet, weil ich dann zu... Ich habe dann zu Moralapostel gesagt, hey, wie lange schaust du schon bei mir zu? Weil wenn du schon länger in meinem Bier... Äh, laut Valomat distanziere ich mich von Bündnis C. Gut, Bündnis C... Ich glaube, ich glaube, ziemlich viele Menschen distanzieren sich relativ klar von Bündnis C. Aber ernsthaft, eigentlich distanziert man sich doch von allem, zu was man sich nicht bekennt. Ich meine, wenn ich jemals gesagt habe, wähl das und das, klar, dann sollte ich mich irgendwann davon distanzieren. Aber es käme doch niemand auf mich zu und würde sagen, hey, hast du dich heute schon von der SPD distanziert? Das wäre noch normaler als die NPD, weil das ja irgendwo eine normale Partei ist. Die NPD ist so eine irrelevante, kleine, extremistische Partei, dass allein die statistische Wahrscheinlichkeit, dass du dich nicht davon distanzierst, schon total gegen die Person spricht, die dir diesen Vorwurf macht. Das muss man ja auch erst mal berücksichtigen. Also wenn du schon länger dem Stream zuschauen würdest, dann wüsstest du, dass es auch gegen rechte Radikalität geht, was wie gesagt auch total klar ist, wenn man gegen Radikalität ist, dann meint man natürlich Radikalität und nicht nur eine einzige. Okay, aber egal. Ist scheinbar nicht jedem klar. Jung Moralapostel gehört scheinbar zu diesen Leuten, denen das nicht klar ist. So, dann habe ich irgendwie gesagt, irgendwas habe ich gesagt, er soll gucken oder so, dann hat er ne Danke geschrieben, also auch hier sinnlos provoziert, ich habe ihm hier das Angebot gemacht, dann schaust dir doch an, schaust dir von Anfang an an, daraufhin hat er ne Danke geschrieben, schon mal geil, Jung Moralapostel, sehr erwachsen von dir, also es reicht bei dir in einem Video, um mich zu kritisieren, um mich zu framen, mich falsch darzustellen, mich quasi NPD nahe zu benennen und sonst irgendwas. Ja, Logik. Du hast dich nicht explizit distanziert, also bist du Fan, klar. Aber jeder normale Mensch hat sich davon distanziert. Dir mein Video anzuschauen, um das zu validieren, dafür reicht es aber nicht. Jung Moralapostel. Aber naja, Fakten sind ja auch irrelevant, wissen wir ja schon von gewissen Politikern. Den Clip brauche ich eigentlich, der ist so schön aggressiv vorgetragen. Dafür reicht es aber nicht. Jung Moralapostel. Ich muss mir schon wieder das Video downloaden, weil das so ein guter Clip einfach ist. Aber naja, Fakten sind ja auch irrelevant, wissen wir ja schon von gewissen Politikern, denen ich nicht folge. Aber scheinbar, manche mögen dieses Narrativ. So, glaub ich dir, wann talk, jetzt schon wieder, schau mal Leute, jetzt schon wieder. Jetzt haben wir 1.31 Uhr, er fragt schon wieder, wann talk, wann talkt Fruity endlich mit Frank Franz? Schon wieder diese Frage. Also ihr merkt, er will immer wieder provozieren. Er will immer wieder provozieren. Wann talkt Fruity mit Frank Franz? Dann hier, schreibt ihr jetzt mit Outlaw, ich meine, ihr hattet 100% bei der NPT. Du wirst da doch wohl Kontakte haben? Gott ist das dumm. Das ist so dermaßen, ne? Das ist so dermaßen dumm. Du wirst da wohl Kontakte haben, weil die Community in einem Dreckswahl-O-Mat-Ergebnis bei der Europawahl so abgeschnitten hat, wird Outlaw natürlich Kontakte zur NPD haben. Das muss man nämlich verstehen. Ich meine, abgesehen mal davon, dass Wadumat eh so eine Sache ist, dieses Mal gefühlt eh kompletter Schmutz, wo ist, selbst wenn alle wirklich ideologisch komplett bei der NPD wären, wo ist damit das Zeichen, dass der Kontakte dahin hat? Das erklärt doch Das erklärt doch überhaupt nichts. Da ist kein Zusammenhang da. Und was man aber tatsächlich dann nicht machen sollte, und das erwähne ich auch nochmal, man sollte das Ergebnis dann vielleicht nicht auf Twitter teilen. Das ist tatsächlich so eine Sache, wo man dann die Idee haben könnte, dass Leute doch die NPD mögen, wenn man das dann vielleicht auf Twitter teilt. Das würde doch niemand machen. Ist da. Also, und jetzt wird es interessant, weil, ihr müsst verstehen, dass ein gewisser Teil der Kritik von Jungmoraler-Portzl daher leitet, dass Outlaw bei mir im Chat ist. Okay? Und dazu kommen wir auch gleich, weil ich werde auch, das ist jetzt, damit muss ich es leider leben, Outlaw, aber ist kein Problem. Ich werde auch gleich Outlaws-Chat ein bisschen zeigen. Und da werdet ihr nämlich sehen, oh, warte mal, da stimmt was nicht, aber egal, kommen wir gleich zu. Also, erstens kann ich diese Aussage nicht validieren. Und jetzt wird es wichtig, Leute, jetzt wird es relevant. Jetzt wird es relevant. Jetzt ist es wichtig, aufmerksam zu sein. Ich kann das hier nicht validieren. Ich weiß das nicht, okay? Ich habe keine Ahnung, ob das stimmt, was Moral Apostel immer da unterstellt oder ob das nicht stimmt. Könnte es sein, dass Nachtschmied in Wahrheit Frank Franz ist? Das könnte es sein. Beide sehen unfassbar gut aus und ich meine, die haben sich, soweit ich weiß, hat sich Frank Franz auch noch nicht von Nachtschmied distanziert. Wenn jemand komplett dumme Aussagen... Wer ist die Frau da? Mit wem redet der Typ? Guten Abend, ihr lieben Portik Haku. Danke für den Foto. Frank Franz hat sich tatsächlich noch nicht von Nachtschmied distanziert. Das ist sehr auffällig. Ich würde Frank Franz da auch einen Vorwurf draus machen. I don't know. Ich habe keinen Plan hiervon. Und wenn ich eine Sache nicht validieren kann, dann gehe ich da auch nicht drauf ein. Ich weiß das nämlich nicht. Ich weiß das nicht. So, dann hat Jung Moral Apostel auch wundervoll geschrieben, der Moderatorin. Ich meine ja nur, weil er Radikale debanken will und so. So, hier ging es jetzt darum, weil Jung Moral Apostel hatte damit ein Problem, dass ich quasi Radikale debanken möchte. Okay? Bei Radikalen kannst du eigentlich ganz debanken. Die sind so in ihrem Narrativ drin teilweise. Da bringt es gar nicht zu sagen. Legit, bei manchen könnte es sich, keine Ahnung, so Höcke hinstellen und er sagt so, 1 plus 1 ist 55. Und du sagst, ja guck mal, Höcke hat gesagt, 1 plus 1 ist 55 und die würden sagen, Höcke hat recht. Nein, Höcke hat recht. Die hat aber gerade gesagt, 1 plus 1 ist 55. Das ist Framing der Medien. Höcke hat recht. Du bist außerdem gar kein Mathematiker. Du kannst es gar nicht wissen. Ne, 88. Ja, könnte auch sein. Jung Moral Apostel nicht realisiert hat, dass dieses gegen Radikale debanken, was für mich kein Debunking war, aber dieses gegen Radikale betraf Rechtsradikal wie auch Linksradikal. Aber Jung Moral Apostel war in dem Moment einfach hyper getriggert davon, dass es halt nicht explizit gegen rechte Radikalität ging, sondern dass wir in Nein, weil nur das du musst verstehen, das linke Radikal ist gut. Das ist doch der Punkt. Just in diesem Moment das Thema hatten gegen linke Radikalität. Was einzig und allein daran lag, dass eben Kommentare aus dem Chat mich genau daraufhin angesprochen haben. Also sprich, ich habe darauf reagiert. Kuchen gemacht. Oh, Junge, was für ein Geschmack denn? Kuchen Geschmack. Vielen Dank für das Gift jetzt ab. Also auch hier wieder sehr wichtig für den Kontext. Ich habe öfters betont, dass ich gegen jegliche Art von Radikalität bin. Rechts wie auch links. Bin ich übrigens auch. Das habe ich mehrmals in diesem VOD gesagt. Und genau aus diesem Grund habe ich auch Moral Apostel darum gebeten, sich das VOD bitte anzuschauen, wenn er mir schon unterstellt, ich würde hier nur gegen Linke schießen. Was einfach de facto gelogen war. Was aber in dem Moment in seiner Wahrnehmung, weil er random irgendwann in das VOD geschaltet, also random irgendwann in den Stream geschalten hat. Jung, Moral, Apostel, random irgendwann in den Stream geschaltet. Irgendwann. Dieser Jung, Moral, Apostel, ich liebe diese Art. Aber Bruder, und das sollte Jung, Moral, Apostel doch am allerbesten wissen, wenn du in einem Livestream bist, der 5, 6, 7 Stunden lang geht, glaubst du Bruder, dass du jedes Mal deinen Stream von vorne erklärst, von vorne anfängst, mit jedem neuen Zuschauer, der reinkommt, Bruder, verarsch dich doch selber nicht. Das macht doch keiner mit einem normalen Gehirn. Weil dann machst du ja nichts anderes mehr. Dann besteht ja mein Stream nur noch aus Wiederholungen, mit wiederholten Aussagen. Ja, ich würde sagen, ich sitze jetzt hier, Chat sagt mir eine Sache und ich sage euch, ob ich mich davon distanziere oder nicht. Das wird jetzt mein neuer Content. Ich sitze hier und werde mich von allem distanzieren, wovon ich mich distanzieren muss. Wovon soll ich mich distanzieren? Was ist problematisch? Distanzier dich von Shuyoka? Okay. Distanzier dich vom IES? Mach ich Busetti? Ja. Das Gute ist, ich könnte den ganzen Tag diesen Content machen. Shuyoka, ich distanziere mich nochmal von Shuyoka. Ähm. Hamas, ich distanziere mich von der Hamas. Ich distanziere mich aber, ich, ähm, wie machen das nochmal die, wie machen das nochmal die Leute, die da keine Position begreifen möchten? Ich distanziere mich aber auch von den zivilen Opfern im Gaza-Streifen. Also nicht von den Opfern, sondern von den Tätern von den Opfern. Ihr wisst schon, was ich meine. Quasi eine, eine Stufe. Israel, ich werde mich bestimmt nicht von Israel distanzieren. So. Genug für euch. Distanzierung abgeschlossen. Man will ja auch weiterkommen. Von Nordkorea distanziere ich mich. So. Und deswegen, wen das interessiert, der soll sich einfach dieses VOD anschauen. Punkt. Das liegt auch nicht in meiner Verantwortung. Das ist nicht meine Verantwortung. Das liegt in dem Moment in der Verantwortung des Betrachters, wenn er sagt, hey, du sagst da etwas Falsches. Jeff Bezos, ja. Und allen Echsenmenschen im Generellen. Und ich schon sag, hey, warte mal, schau dir doch das VOD an und dann wirst du merken, das ist nicht so, wie du denkst. Und er dann sagt, nö, mach ich nicht. Kein Bock drauf. Ich hab keinen Bock, mir das anzuschauen. Nee, lieber mach ich ein Video gegen dich und stell dich irgendwie da und diskreditiere dich. Weil das ist, was Jung Moralapostel gemacht hat. Nichts anderes. Nichts anderes. Fakten waren irrelevant. Er hat mich mit diesem Video, mit dieser Erwähnung, einfach nur diskreditiert. Nichts anderes war das. Er hat sich noch nicht einmal die Mühe gemacht, sich dieses VOD anzuschauen. Hey, guck mal, da kam ich live. Weil dann, er klingt es einfach weg. Guckt euch das an. Das nennt man Freunde. Wäre seine Diskreditierung gar nicht notwendig gewesen. Aber scheinbar wollte er das unbedingt. Also, man könnte jetzt hier Jung Moralapostel unterstellen, es wollte einfach so sein. Er wollte mich einfach diskreditieren. Tolle Arbeit. Tolle Arbeit, Jung Moralapostel. Heißt das nicht diskreditieren? Okay, ich war auf damit. Du gehörst zu den Guten, ganz bestimmt. So, es geht aber noch weiter, weil es ist ja noch nicht fertig. Okay? Also hier, es wurde gelöscht, weil ich konnte, also weder ich, noch die Moderatoren konnten das hier validieren. Und das da ist eine krasse Unterstellung. 100% NPD, finde ich, ist erstmal ein krasser Vorwurf. Und wenn das bei Outlaw wirklich rausgekommen wäre, dann hätte ich schon ein Problem mit Outlaw. Aber ich weiß das nicht. Und ich weiß das auch jetzt noch nicht. Ich habe keinen Beweis dafür. Okay? Wurde gelöscht. So, ja, die Banken, dann geht es weiter. Jetzt hat Jung Moralapostel wieder Outlaw geschrieben. Dann hattet ihr nicht 100% bei der NPD im Valomaten? Oder warum fragst du? So, jetzt hat hier im Prinzip, Hä, das ist doch nicht automatisch die Gegenthese. Ähm, ja, also, einer unterstellt jetzt, ähm, hier, About the Fruit, dass er ein rotes Auto fährt. Und dann sagt man so, ja, also fährt er ein grünes. Wenn die Nachricht gelöscht wird, weil man es nicht validieren kann, fährt er ein grünes Auto. Per Definition einfach. Hat jetzt Jung Moralapostel mit Outlaw diskutiert, ob er diese 100% hatte oder nicht. Leute, ich habe keine Ahnung. Nochmal, ich weiß das nicht. Ich weiß das nicht. Du musst dich informieren. Sag mal, es kann doch nicht sein, dass du erst dich nicht von der NPD distanzierst. Ich habe es bis heute nicht gehört. Beziehungsweise doch, von der NPD schon, aber nicht von der Heimat. Die findet er offenbar wirklich toll. Und als nächstes informiert er sich einfach nicht. Das ist ja unglaublich. Er muss sich doch zu jedem Thema auf dieser Welt informieren. dann ging es weiter, ne? Dann hat Jung Moralapostel, du hast offensichtlich verstanden, was mit Inklusion gemeint ist. Okay? Ähm, äh, antwortet doch mal, Outlaw ist das. Feiert ihr Frank Franz jetzt oder nicht? Jung Moralapostel hat sich bis heute nicht von Adolf Hitler distanziert. Ihr müsst das halt verstehen. Okay, jetzt geht's weiter, weil Jung Moralapostel, 1.34 Uhr jetzt, okay? Achtet auch ein bisschen auf die Zeiten, weil ihr werdet gleich merken, dass Jung Moralapostel einfach nur am Spammen ist. Okay? Er ist einfach nur am Spammen. So, dann hier wieder, ne? Jetzt hat er von Outlaw eine Antwort erwartet. Man muss sich nicht informieren, um sich von der NPD zu distanzieren. Ja, natürlich nicht. Also, dass man, ich würde sagen, der menschliche Default sollte sein, man ist von der NPD distanziert. bis man eben sagt, dass man die gut findet. Aber ich muss auch nicht hingehen und wenn einer Distanzierung ruft, Distanzierung, wenn einer sagt, ich muss, wenn einer NPD ruft, dann muss ich nicht Distanzierung nachbellen. So funktioniert das halt nicht. Das sollte schon ziemlich klar sein, dass man per Default mal distanziert ist von der NPD. Aber es funktioniert halt nicht so, dass man direkt Distanzierung sagen muss. Warum nicht? Ich könnte dir sonst willkürlich Namen an den Kopf werfen und du würdest nichts anderes mehr in deinem Stream machen. Also, du streamst wahrscheinlich nicht, aber ich könnte dir irgendwelche Namen sagen und du würdest nichts anderes mehr machen, als immer Distanzierung zu sagen. Ich könnte jetzt dich komplett, der komplette Chat könnte jetzt spammen, von wem ich mich distanzieren soll und dann muss ich das machen. So funktioniert das halt nicht. Natürlich distanziert man sich davon, aber es wäre der einzige Content. NPD nicht wie kürlig, sondern einfach von rechtsextremen Parteien. Ja, aber dass man Extremisten nicht abfeiert, ist ja eigentlich auch der Default. Aber ich habe das ja auch schon mal gesagt. Ich meine, dann müsstest du mir erstmal alles Videomaterial von mir zeigen und dass ich das noch nie gesagt habe. Genau, jetzt fangen sie wieder an. Ich muss nicht von Chuyoka distanzieren. Genau, mache ich. So, Outlaw hat nicht drauf reagiert. Bruder, es liegt nicht in meiner Verantwortung, Outlaw zu einer, zu einer Stellungnahme zu zwingen. Ich distanziere mich von einzig Hugo. Ich bin eine Kunstfigur. Also, was ist hier die Kritik? Ich kann einen Outlaw nicht zwingen, darauf Stellung zu nehmen. Ich habe keine... Doch, doch, zwing ihn jetzt. Sag ihm Bann oder Stellungnahme. Ähm... Ich habe Outlaw übrigens gefragt im Stream und er meinte, er distanziert sich. Das müsst ihr mir jetzt glauben, das VOD ist noch online. Ich habe keine Ahnung, ob er 100% bei NPD hatte. Ich habe davon keine Ahnung. Das sind... Funfact hatte er nicht. Einfach nur Unterstellungen von Jungmoralapostel, die ich nicht validieren kann. Und wenn ich etwas nicht validieren kann, dann lösche ich das, weil das ist eine sehr, sehr krasse Unterstellung. Weil letztlich unterstellst du damit mit einem Rechtsextremismus. Ja. Das ist eigentlich Verleumdung im Worst Case sogar. Wenn das nicht stimmen mag. Okay, versteht ihr? Nur damit ihr mich versteht. Damit ihr mein Mindset verstehen könnt. So. Sowas nehme ich natürlich raus. Weil im schlimmsten Fall kann das verleumdend sein. Dann kann es eine üble Nachrede sein. Weil ich das nicht weiß. Ich kann das nicht wissen. Und deswegen lasse ich das erstmal auch so nicht stehen. Okay. Na? Jetzt schreibt er zwei Minuten später, also 1.34 Uhr, zwei Minuten später, komisch, dass Outlaw jetzt nicht antwortet. Hat sicher gar nicht damit zu tun, dass er ein Nazi ist. Naja, wahrscheinlich bin ich eh zu bekifft und paranoid dazu. Ja. Zu der Nachricht muss ich sagen, hat Outlaw irgendwann geschrieben, dass er scheinbar gerade zu bekifft oder paranoid ist. Okay? Es gibt keine andere Möglichkeit, wie man sonst auf so eine Störungnahme kommt. Ich habe das aufgegriffen. Und da ich das Gesamtverhalten von Jung Moral Apostel hier absolut befremdlich fand. Und das ist quasi noch so ein Ja, das ist eigentlich noch mildernd, dass man quasi sagt, man glaubt, dass er bekifft ist, weil das quasi so eine Schuldunfähigkeit erklärt. Also das ist eigentlich noch mehr Gutfeld, als wenn man jetzt sagen würde, der ist bei klarem Verstand. Wisst ihr, was ich meine? Jeder, der Jung Moral Apostel etwas kennt und ich kenne Jung Moral Apostel ein ganz kleines bisschen, sonst hätte er bei mir auch nicht den VIP. Ich habe mit Jung Moral Apostel auch schon privat mich unterhalten. So. Und da mir sein Verhalten äußerst befremdlich rüberkam und das einfach komplett atypisch für mich war, habe ich das aufgegriffen. Wenn du jetzt sagst, Jung Moral Apostel, das war absolut scheiße von mir, dann bitte ich um Entschuldigung. Dann tut es mir leid, ich wollte dir hier nichts Bösartiges unterstellen oder dich irgendwie diskreditieren. witzigerweise das, was du machst, aber lass mir das mal so dargestellt. Scheinbar, du darfst diskreditieren, aber darfst dich auch diskreditieren. Es heißt diskreditieren. Distanzier dich mal von falscher Aussprache. Sorry, ich war auf Oberlehrerhaft zu sein, aber du hast meine Benachrichtigung vorhin weggeklickt. Diskreditiert fühlen, irre, aber egal. Na? Aber, ich habe das aufgegriffen und ich wurde auch parallel, und das sage ich jetzt auch, parallel wurde ich auch von der einen oder anderen Person privat angeschrieben, die mir gesagt hat, nimm das nicht ernst, was Moral Apostel gerade macht, weil der gerade irgendwie nicht gut drauf ist. So, und all diese Informationen kamen zusammen, inklusive dessen, also inklusive die Situation, dass mir sein Verhalten selber absolut befremdlich rüberkam und das für mich komplett atypisch war, weil ich ihn so noch nie erlebt habe, habe ich das ehrlicherweise einfach erst einmal so ein bisschen geklaut, dass irgendwas gerade mit ihm nicht stimmt. Das ist ja auch nicht die krasse Unterstellung. Die krasse Unterstellung wäre das Gegenteil. Das ist eher so ein Freispruch quasi schon für schuldunfähig erklären. Ist natürlich nicht cool, aber es ist quasi die mildere Option. Okay? Und deswegen habe ich das auch nicht ernster genommen. Und das tut mir leid, wenn das für dich so schlimm war, jung Moral Apostel. Ich finde es absurd, dass ich mich überhaupt bei dir entschuldige, weil was du mich genannt hast, das werde ich jetzt hier erst mal nicht erwähnen müssen. Mache ich jetzt auch nicht. Mich hat der NPD-Hurensohn genannt. Das kann ich ganz klar so aussprechen. Weil so scheiße, wie du zu mir bist und warst, solltest du überhaupt glücklich darüber sein, dass ich mich überhaupt für das entschuldige. Aber lass mir es mal, weil ich will nicht auf deinem Niveau runterfallen. Sei auf deinem Niveau selber. Da ist kein Platz für mich, da will ich auch nicht sein. Okay. Eine Minute später. Jetzt passt auf, Leute. Jetzt geht's los. Jetzt geht's los. Also, diese Nachricht wurde gelöscht. Okay? Jetzt hat er einfach eins zu eins dieselbe Nachricht nochmal geschrieben. Wurde gelöscht. Er hat sie nochmal geschrieben. Alles in derselben Zeit. Er hat das wirklich instant gespammt. Instant. Okay? Also, hier fängt er an. Wird gelöscht. Hier wird gelöscht. Dieselbe Nachricht wird gelöscht. Hier kriegt er einen Timeout, weil er die Nachricht mit Copy-Paste gespammt hat. Was einerseits absolut respektlos mir gegenüber ist, aber Ja, das macht man halt nicht. Man darf Nachrichten nicht spammen. Entweder wird drauf geantwortet oder nicht. Ein Spam bringt gar nichts. Das bringt höchstens eine Sperre. Absolut respektlos der Moderation gegenüber. Und nochmal, ich kann das nicht validieren, was er ihm unterstellt. Bruder, glaubst du eigentlich, dass wenn irgendein Random ständig in meinen Chat reinkommt und irgendwas irgendwem unterstellt, glaubst du dann, dass ich immer wieder alles drauf eingehe? Junge, wenn ich etwas nicht validieren kann, wenn ich das nicht weiß und gerade bei so einem schweren Vorwurf, dann MPDHS, Pseudo, Vogue, unsexistisch zugleich. Nicht schlecht. Muss man auch erstmal schaffen, ja. Selbstverständlich reagiere ich A nicht drauf und B wird das gelöscht. Aber das war... Wieso weint der fast? Ähm, ich weiß nicht, ob er, ob er extra ein bisschen on top packt, mach ich ja auch manchmal, ähm, oder ob der halt wirklich einfach mitgenommen ist von der Situation, wäre auch verständlich, weil mit so jemanden zu diskutieren oder so jemanden, da Anschuldigungen gegen einen zu machen, gemacht zu bekommen, kann schon belastend sein. Aber dir scheißegal, aber der weint ja nicht fast, der prügelt fast, der ist kurz davor, einen Punch in seine Kamera zu geben. Moralapostel, also tu nicht so scheinheilig, tu nicht so, als ob ich der böse, fruity und du armes Moralapöstelchen, hör auf damit. Du armes Moralapöstelchen, das wäre aber fast ein guter Front. Das ist einfach nur lächerlich und traurig, erbärmlich ist das, mindestens erbärmlich, mindestens. Und nochmal, ich entschuldige mich aufrichtig, ich bitte aufrichtig um Verzeihung, wenn ich dich da irgendwie pathologisiert habe oder sonst irgendwas, wenn ich dich da irgendwie bekippte oder irgendwas, wenn das falsch war. Es tut mir aufrichtig leid, ich nehme das sehr gerne zurück, wenn das alles nicht stimmt, weil das so, ich will... Distanzier dich erstmal von Cannabis, so nehme ich. ...dich in keinster Weise diskreditieren oder sonst irgendwas. Aber nochmal, das Verhalten kam mir einfach absolut atypisch vor. Es war sehr untypisch für dich. Und dieses Spammen und dieses Rumprovoziere, ich konnte mir in dem Moment einfach keine bessere Erklärung selber liefern. Wie bin ich hierher gekommen? Und yes, maybe hätte ich einfach vielleicht in meinem Kopf denken sollen, vielleicht hätte ich es einfach für mich behalten sollen. Ja, habe ich nicht gemacht, aber jetzt habe ich es ja hofft. Ich denke auch immer außerhalb meines Kopfes. Ich hoffe, das ist okay, dass ich das aber jetzt, dass ich das jetzt klargestellt habe. So, er spammt das, okay? Jetzt hat er hier 600 Sekunden Timeout bekommen. Was glaubt ihr, was er nach den 600 Sekunden Timeout gemacht hat? Ich zeig's euch. Ich glaube, das war auch die erste Frage, die er, die erste Nachricht, die er in seinem Video gezeigt hatte. Weil das hat er ja gar nicht alles gezeigt, ne? So. Was hat er nach seinem Timeout gemacht? Genau das. Add about a fruit. Sagst du eigentlich noch was dazu, dass Outlaw nicht auf die Frage geantwortet hat, ob er die NPD abfeiert, sondern er... Sag mal. Ähm, ich weiß ja nicht, aber ist Outlaws Aufgabe, wenn du NPDs sagst, Distanzierung zu bellen? Oder wie kommst du darauf, dass das sein Verhalten sein muss? Was dann geschrieben hat, als ich getimeoutet war? Ich frage nur, nicht, dass jemand denkt, du seist rechtsradikal, wenn du NPDs sagst. Nicht, dass das jemand denken könnte. Hm. Schönes Lokal haben sie hier. Wäre ja schlimm, wenn er, keine Ahnung, dass hier einer alles zusammenschlägt. Also wirklich. Das klingt einfach wirklich so, wie so eine Drogen der Mafia, oder? NPDler Kritik löscht und dabei gegen Link NPDler Kritik geschießt. Frage für Freunde. Und jetzt muss ich ein bisschen ausholen. Also, erst einmal. Er ist jetzt schon NPDler. Also, du hast dich, also Outlaw hat sich nicht nur nicht distanziert, sondern jetzt ist er schon ein NPDler. Ist es komplett schwachsinnig, dass in diesem Moment irgendjemand, außer du, der das in dem Moment frisst. So, jetzt schreibt ihr alle mal in den Chat, ich distanziere mich von der NPD. Dass irgendjemand glaubt, ich würde in irgendeiner Art und Weise NPD abfeiern. Dieses Narrativ wolltest du aufstellen. Du, du wolltest das. Du wolltest das aufstellen. Das hat keiner gedacht in dem Moment. Und erst nach deinem YouTube-Video denken das jetzt vielleicht mehr Leute. Das ist dein Narrativ, Junge. Da muss ich mich doch nicht für rechtfertigen, für deine Narrative. Ja, geht's noch? So, also, die Nachricht wurde gefeiert, weil das eine Unterstellung war, die ich nicht validieren kann. Und deswegen wurde das gelöscht. Das hat nichts mit NPD-Nähe zu tun. Gar nichts. Okay? Ich bin nicht verpflichtet, auf deine Unterstellungen eine Stellungnahme zu fordern von Personen. In meinem, und nochmal, für den Chat, ganz langsam, in meinem Stream So, jetzt schreiben mir natürlich mehrere Leute rein, ich distanziere mich von der NPD. Keiner von allen denen hat sich von der Heimat distanziert. Das muss man an der Stelle nämlich auch nochmal dazu sagen. Die distanzieren sich jetzt bewusst alle von der NPD, aber die Heimat finden die insgeheim cool, weil davon haben die sich nicht distanziert. Pech, Leute. Pech. Team. Kommt irgendjemand rein, Jungmoralapostel, fordert von einem Outlaw Stellungnahme und es soll jetzt in meiner Verantwortung liegen, dass Outlaw Jungmoralapostels Frage beantwortet in meinem Stream. Junge, schnallst du es noch? Also wirklich, raffst du es noch irgendwie? auf eine Unterstellung, mit der ich selber nicht mal was anfangen kann. Ja. Allein diese Nazi-Unterstellung. Bruder, woher soll ich das wissen? Ja, halt wirklich. Soll der, soll der wirklich jedes Mal, wenn ihn, wenn ihn in den Chat einer fragt, ob er sich von irgendwas distanziert antworten? Nochmal, sowas wird nicht gelöscht, weil ich Nazi-nah bin, weil ich NPD-nah bin, sondern weil ich das nicht validieren kann. Und wenn du glaubst, man würde quasi sich anständig von Nazis distanzieren, wenn man auf jeden Vorwurf eingeht, den irgendjemand irgendwo tätigt, dann mach du das in deinen Kreisen. Aber so schräg bin ich nicht, Junge. So schräg bin ich nicht, Moralapostel. Ich bin auch nicht so schräg. Wenn du so schräg bist und auf irgendwelche random Vorwürfe eingehst, dann ist das dein Problem. Aber mach dein Problem nicht zu meinem Problem. Aber weißt du was? Du hast dein Problem zu meinem Problem gemacht, weil du jetzt nämlich ein Narrativ aufgestellt hast, was gegen mich geht. Du hast also dein Problem zu meinem Problem gemacht. Das sind meine Probleme, nicht deine. Und das lass ich nicht so stehen, weil das ist mindestens asozial, was du machst. Und mir dann auch noch unterstellst, und das ist das Absurdeste überhaupt, mir unterstellst, ich hätte mich nicht korrekt verhalten in deinem YouTube-Video. Ach, das hätte ich aber von About the Food gar nicht gedacht. Junge, du benimmst dich wie der letzte Vollassi. Ich feier diese Art von About the Food und ich dachte, ich dachte, ich wäre, ich dachte, ich wäre, ja, ich wäre übertrieben, wenn ich auf Dekalent reagiere und aggressiv. Ich meine, guckt euch das mal an. Ich bin gar nichts. Da kann ich doch richtig einen drauflegen. Guckt mal, wie viele Zuschauer der hatte, während der sich so aufgeregt hat. Muss mich auch häufiger mal so aufregen. Und meine Reaktion war für dich unerwartet, ernsthaft? Denk mal drüber nach. Ich muss nicht darüber nachdenken. Nochmal, mach jetzt auch dieses Problem zu meinem Problem. Für dich denken kann ich nicht. So. Die Nachricht wurde selbstverständlich gelöscht, weil auch an diesem Zeitpunkt, 600 Sekunden nach dem Timeout, konnte ich diese Aussage immer noch nicht validieren. Ich weiß nicht, was junge Moralapostel dachte, was 600 Sekunden Hallo? Also eine angemessene Reaktion zu diesem Zeitpunkt wäre gewesen, eine angemessene Reaktion zu diesem Zeitpunkt wäre gewesen, dass er die 600 Sekunden dazu nutzt, das zu recherchieren. Weil wenn der große Young Tudem Moralapostel dich nach etwas fragt, dann wirst du in die Recherche reingehen und schauen, ob seine Aussage gestimmt hat, damit du danach drauf eingehen kannst. Und wenn der NPD sagt, wirst du jedes Mal Distanzierung antworten. Weil alles andere ist quasi eine Verbindung mit der NPD. Das muss man nämlich wissen, wenn das der große junge Moralapostel so sieht. Sekunden nach seinem Timeout passiert ist. Aber auch hier konnte ich diese Aussage nicht validieren. Also wurde sie selbstverständlich wieder gelöscht. Weil es ein Vorwurf ist, den ich nicht validieren konnte. Wurde gelöscht. Was macht er? Er spammt schon wieder, Leute. Er spammt nochmal. Nach seinem Timeout spammt er schon wieder. Sagst du eigentlich noch was dazu? Er schreibt einfach dieselbe Nachricht nochmal, nur ohne Add About Of Fruit. Er hat einfach nur das Add About Of Fruit rausgelassen. Er spammt. Er konnte das nicht mitkopieren. Wurde gelöscht, also wurde er ein zweites Mal gelöscht. Nochmal Timeout. Leute, er hat nochmal ein Timeout bekommen. Ich schwöre es euch, niemand, niemand. Ich schwöre es euch, ja, ich hätte den zu dem Zeitpunkt wahrscheinlich schon fünfmal gebannt gehabt. Niemand hätte nochmal ein Timeout bekommen. Jeder wäre da schon gebannt gewesen, okay? Jeder wäre schon gebannt gewesen. Das kann man mir jetzt unterstellen. Da kann man mir jetzt einen Vorwurf machen. Ja, About Of Fruit, wieso hast du nicht früher gelöscht? War unfair. Ja, war unfair. Unterstell mir das. Das könnt ihr mir zum Vorwurf machen. Wie konnte ich ihm da immer noch nicht komplett spüren? Wer sich so aufregt, hat wohl was zu verstecken. Guck mal, ich nenne dich jetzt Mörder. Und wenn du jetzt diese Unterstellung nicht magst und dich aufregst, dann bist du nämlich einer. Das muss man verstehen. Okay, was macht er nach den nochmal 600 Sekunden? Das ist viel zu nett. Warum ist eure Moderation so nett? Also nach seinem zweiten 600 Sekunden Timeout, was macht er danach? So, kannst auch gerne privat antworten. Also nochmal, jetzt sagt er schon wieder, er schreibt dieselbe Scheißnachricht nochmal. Nur mit kannst auch gerne privat antworten, Komma. Wurde gelöscht und er wurde gesperrt. Okay? Zu Recht. Ich meine, das ist schon eine sehr milde Moderation, muss man sagen. Ja, Bruder, was soll man machen? Er wurde zweimal getimeoutet. Er spammt und spammt und spammt und provoziert und provoziert und hat nichts anderes gemacht, außer zu provozieren. Okay. Ja, was feststeht, bis heute hat sich About the Fruit halt nicht von der Heimat distanziert. NPD, ja klar, gibt's ja nicht mehr. Da ist es leicht, sich von zu distanzieren. Aber die Heimat hat bis heute nicht gemacht. Der hat wohl das zu verstecken. Ganz ehrlich. Dann haben wir hier nochmal den Chat verlaufen. Aber nein, bevor das jetzt jemand falsch versteht, nein. Ich kenne About the Fruit, ich habe oft mit ihm geredet. Der hat mit der Heimat recht wenig zu tun. Oder er versteckt das nur sehr gut. Kappau. Danke nochmal an Feuerertick. Hier wird natürlich jetzt nur ein Moment festgehalten, muss man sagen. Übrigens, wie hätte ich ihm privat antworten können? Also nochmal, also erstens hat er mich überall geblockt. Und zweitens hat er mir, bevor er mich auf Instagram geblockt hat, hat er mir nochmal mit einer absolut widerlichen Nachricht quasi nochmal eine Nachricht geschrieben, was absolut Also mir hat er zuletzt, ähm, mir hat er zuletzt geschrieben, äh, verpiss dich zurück in deine NPD-Babbel, du Hurensohn, oder verpiss dich zurück in deine Babbel, du NPD-Hurensohn. Das war, waren seine, seine letzten Nachrichten zu mir. Ja. Blutwiderliches und hat mich danach auch geblockt. Also, aber gut. Based. Okay, warte mal Feuererticks, äh, hat er versucht mit dir privat vor seinem Video nochmal, nee, gar nichts. Gar nichts Feuererticks. Nichts. Gar, wie gesagt, er hat mich überall geblockt. Er hat mich überall blockiert und hat mich noch beleidigt. Ja, mit mir hätte er auch reden können. Safe. Ich hätte dem, ich hätte dem sofort, ähm, ich meine, ich rede mit legit jedem. Wer mich auf Discord fragt, ob wir kurz reden können, 90% der Fälle gehe ich direkt in den Call rein. So einfach ist das. Bevor er mich blockiert hat, hat er mich noch beleidigt. Aber die Beleidigung, die lasse ich jetzt raus, weil die ist einfach so widerlich. Da brauche ich gar nicht weiter drauf eingehen. So. Ähm, da haben wir jetzt nochmal den Verlauf. Ein bisschen, ich zeige, also ich, ich lese es nicht vor, wenn ihr wollt, im YouTube-Video von mir aus, stoppt nochmal kurz. Ich habe euch jetzt seine Nachrichten auch nochmal gezeigt, ne. Ich habe euch mehr gezeigt, als das, was hier steht. Ich scroll jetzt mal so ein bisschen, wie gesagt, für die Leute, die sich das... ich könnte About the Fruit aber mal kurz fragen, wie er ihn beleidigt hat. Warte mal. Das würde mich jetzt interessieren, wer das wohl sagt. Ähm, wo habe ich ihn gerade? Hier. Ähm, jo, About the Fruit, wir schauen uns gerade hier im Stream deinen Ausschnitt an, in dem du, äh, dezent, aggressiv, auf die Sache mit Young Morale Postle eingehst. Ich mag, ähm, den About the Fruit Rage auf jeden Fall. Ähm, nur mal eine Frage, wie genau hatte ich Young Morale Postle jetzt beleidigt? Also mich, mich persönlich hat er, äh, MPD HS genannt. Das war die Beleidigung, die ich abbekommen habe. Du hast es ja in dem Video nicht drin, vielleicht wegen Werbefreundlichkeit oder so, aber, mich würde schon interessieren. Vielleicht dann nochmal auf YouTube anschauen. Stoppt dann eben kurz, lest euch das durch, weil, ich hab euch das halt jetzt im Wesentlichen ja auch schon lesen, gar keinen Bock. ...vorgelesen, was er geschrieben hat. Ähm, und hier sieht man auch nochmal, also, man hat auch gesagt, chill doch mal und so, also, spannend, mir wurde nämlich anderes erzählt, als ich im Stream ein bisschen darüber geredet habe und es schien mir auch eher unwahrscheinlich. Meine Meinung war, das hätte man in 5 Minuten privat lernen können, eigentlich. Ja, da sieh's mal. Wie gesagt, also, ich weiß, ich hoffe jetzt und jung Moralapostel, ich sag's jetzt noch ganz kurz, muss ich jetzt noch die, muss ich jetzt noch die Privatnachrichten zeigen und auch zeigen, wann du mich blockiert hast? Oder ist das jetzt im, oder, ich frag nur. Warte mal. Also, ich muss auf jeden Fall sagen, er hätte jedes Recht dazu. Er ist on. Ach so, ja gut. Falls, wegen diesem War-Domat-Ergebnis er noch kurz die Infos braucht, kann ich ihm gerne mal sagen. Oder habe ich ihm das schon mal erzählt? Ich glaube, wir haben schon drüber geredet, oder nicht? Keine Ahnung. Warte mal. Warte mal. Ich hab's ja nicht gezeigt, ich hab's nur wiedergegeben. Also, ganz kurz, die Uhrzeit, um 1.39 Uhr hat er mir geschrieben. 1.39 Uhr. Okay. Cool. Warte mal, wo hab ich jetzt hier den Chatverlauf? 1.39 Uhr hat er mir geschrieben, und er hat ja noch, er hat ja noch bis 1.58 Uhr noch weiter hier beleidigt. Ihr müsst euch also mal vorstellen, diese Beleidigungen gingen sogar noch nach seiner PN weiter, die er mir geschrieben hat. Und in der PN... Was ist mit diesem Typen falsch? Also, ich kann's... Wirklich, ist es... Ich schau's mir eigentlich nur noch just for fun hier an, aber... PN hat er mich schon aufs Übelste beleidigt, wohlgemerkt. Na, ich will das kurz mal anmerken. Aber ob er mich... Ob ich jetzt da blockiert bin, weiß ich ehrlicherweise nicht, aber ich kann sein Profil auch nicht mehr aufrufen. Also, wenn ich auf sein Profil gehe, dann steht da, die Seite kann nicht aufgerufen werden. Keine Ahnung, hat er sein Profil gelöscht? Hat er mich blockiert? Das weiß ich ehrlicherweise jetzt nicht, muss ich sagen. Aber nochmal, ich will jetzt eher nicht die Nachricht zeigen, ehrlicherweise. Aber wenn das sein muss, mach ich das noch. Wenn er jetzt noch darauf besteht. Hä? Also, er kann... Also, ein Vorwurf draus machen ist wohl eher schwer, wenn man erst beleidigt. Also, dann könnte man ja zurück anzeigen. Das funktioniert ja so nicht. Wenn er einen beleidigt, darf man die Nachricht auch zeigen. So sehe ich das. Wenn er mir jetzt hier auch noch einen Strick ziehen will, dann zeige ich von mir aus auch noch die privaten Nachrichten. Alles klar, Leute. Jetzt haben wir aber natürlich noch das VOD. Und wie ihr sehen könnt, dieses VOD, also der Stream ging 8,5 Stunden. Äh, 7,5 Stunden, pardon. 7,5 Stunden ging der Stream. Oha, ich sehe gerade, Jung Moral Apostel hat einfach Klaus Politik. Weiß ich, in den verlinkten Kanälen. Ähm, und nochmal, irgendwo hier, irgendwann kam er rein. Na, irgendwo hier, I don't know. Ähm, und daraufhin habe ich ihn halt darum gebeten, sich das VOD anzuschauen, weil wenn er sich das VOD anschaut, würde er sehen, dass ich mich mehrmals gegen Rechtsradikalismus, Rechtsextremismus, wie auch Linksextremismus, Linksradikalismus, dass ich mich dagegen gesprochen habe. Dass ich sogar Argumente dagegen gebracht habe. Das sieht man halt auch bei About the Fruit immer wieder. Der ist weder rechts noch links eigentlich. Wenn du mich fragst, ist er ein Liberaler. Und somit eigentlich auch ein Zentrist, aber gut. Die Antwort war ja darauf, nö, danke. Oder nee, danke. Na, als ich gesagt habe, schau dir doch das VOD an. Nee, danke. Sehr interessant, ne? Aber, es hat ihm gereicht, um mich danach komplett in so einen falschen Kontext zu ziehen. Das ist einfach nur frech. Das ist maximal unverschämt und frech. Ach komm, was soll's. Ich habe das ja insofern mitbekommen. Ich hatte dich vorher geradet at the About the Fruit und danach nur im Hintergrund noch kurz laufen lassen. Ergo das Ganze nicht mal mitbekommen. Von mir musste sich dann allerdings distanziert werden, denn keine NPDler auch nicht überecken. Ich hatte keinen Plan, worum es geht. Ja, aber ich hoffe, Feuererticks, du merkst gerade selber, also, nee, warte, ich sag's anders, Feuererticks, du bist jetzt vielleicht gerade interessant, um dich dafür zu nehmen, was würdest du jetzt sagen, was fehlt dir noch, um zu sagen, dass das, was er sagt, eigentlich nicht mehr glaubwürdig ist. Absolut gar nichts. Also mir fehlt, initial fehlt mir ein Argument, warum Outlaw ein Rechtsradikaler sein soll, weil er Kontaktschuld über zwei Ecken und über Monate, warte mal, Outlaw ist ein Rechtsradikaler, weil der mit Schlomo geredet hat, vor Monaten, was er jetzt nicht mehr machen würde, I guess, weil er vor Monaten mit Schlomo geredet hat und Schlomo später, also nach dem Talk, dann mit Frank Franz geredet hat. Denn er hätte in die Zukunft schauen müssen, also mal abgesehen davon, dass man mit Schlomo meiner Ansicht auch nicht unbedingt reden sollte, würde ich nicht machen, aber gut, ist seine Sache. Aber danach hat der mit Frank Franz geredet, deswegen Kontaktschuld zur NPD und nicht nur zur AfD. Klar, muss man verstehen. Oder würdest du sagen, nee, das, was ich bisher gezeigt habe, reicht? Oder würdest du sagen, nee, aber du müsstest mir noch irgendwas zeigen, du müsstest uns noch irgendwas zeigen? Weil so, wie er das darstellt, das ist einfach schlicht und ergreifend absolut gelogen. Er lügt einfach. Frech. Frech. Und verschleiert sogar, dass er sich wie das letzte A-Loch benommen hat. Ja, also ich habe meine Nachricht ja schon jetzt gesagt, was bei mir geschrieben wurde. Frech. Jung. Moral. Apostel. Und ist dann auch noch so frech und will sich nicht mal das VOD anschauen. Wo ich ihm sogar sage, dass in diesem VOD, na, wo ich ihm sogar sage, dass in diesem VOD, und es ist sogar da, hey, ich werde dieses VOD auch nochmal downloaden. Ich werde sogar dieses VOD jetzt als YouTube-Vackel verdackel. Extra machen. Extra. Aber nicht auf öffentlich, aber ich werde es verlinken, als, na, wo ihr dann draufklicken könnt. Damit sich jeder, der dieses, jeder, der meine Stellungnahme sieht, soll dieses VOD gucken können. Wir müssen die Sache klippen. Ja, ich brauche das auf meinem Soundboard. Neben so wunderbaren Tasten wie, es kommt immer auf den Grund an, du Flöte. Na, wenn er will. Jeder, jeder soll sich das anschauen und soll sich mehr Mühe machen, als das, ähm, wenn er sich, jung Moralapostel gemacht hat. Weil das ist einfach eine, das sind einfach nur bösartige, miese Unterstellungen. Das ist einfach nur Framing und üble Nachrede, was er hier betreibt. Absolut respektloses Verhalten. Maximal respektlos. Ähm, ich war beim Stream dabei, aber nur auf Audio und hab die ganze Zeit gehört, dass du gesagt hast, er soll sich beruhigen und was mit ihm los wäre. Er wäre unfreundlich. Da dachte ich mir auch, was geht da ab im Chat? Und nochmal, ich, ich bitte aufrichtig um Verzeihung, wenn ich dich damit irgendwie beleidigt habe, Jung Moralapostel. Ne, also ich nicht, weil Jung Moralapostel hat mich deutlich mehr beleidigt. Mit, hier, bist du bekilft und psychische Probleme und so weiter und so fort. Aber, nochmal, ich, ich hoffe, dass man auch ein bisschen nachvollziehen kann, dass das sogar irgendwie eine Art von Good Faith in dem Moment von mir war, weil ich mir dieses, Ja, genau das sage ich die ganze Zeit. Natürlich war es das. Verhalten einfach nicht erklären konnte, weil es absolut einfach, ich habe dich so noch nie erlebt und ich, ich, ich kann auch jetzt, ich kann das auch jetzt noch nicht so wirklich glaubwürdig sehen. Das wirkt auf mich so, als ob irgendwann so kommt, versteckte Kamera, es war alles nur ein Game. Ohne Spaß, so, so geht es mir gerade. Ich erwarte das gerade, unironisch, dass jetzt bald von ihm ein Video kommt, ah, war alles nur verarsche, hab ich nur alle gescammt oder so. Das erwarte ich. Die Frage ist halt jetzt wirklich, ob man so Verschulungstheorien aufmachen kann, ob er von Anfang an geplant hatte, hier in den SIF zu gehen und dann am Ende alle zu exposen. Aber dass ich mich überhaupt hierzu jetzt, dass ich überhaupt Stellung nehmen muss, das finde ich schon traurig genug. Und das auch noch von ihm. Ich weiß auch gar nicht mehr. Das mag jetzt vielleicht paradox klingen, aber ich brauche diese Bürde. Also ich gehöre, ich weiß auch nicht genau, welche Stelle das war. Wir leben nicht an einem Kommunismus und ich habe mich noch nie nicht aufgefangen gefühlt, muss ich sagen. Okay, hier ging es um Kommunismus. Das ist einfach ein Witz. Und die Rechtsradikalen lachen darüber. So, die lachen da halt. So, das ist für die einfach nur nicht... Alleine an dieser Stelle, ganz kurz, alleine an dieser Stelle habe ich mich sogar irgendwo gegen Rechtsradikalismus nochmal ausgesprochen. Das müsst ihr euch... Er hat zumindest gesagt, dass er nicht rechtsradikal ist, wenn er sagt, die Rechtsradikalen. Mal denken, dieser Stream ging gegen Radikalität. Also, Jung Moralapostel, du hättest dir keinen blöderen Stream aussuchen können für diese Scheiße, die du abgezogen hast. Keinen blöderen Stream. Der hätte es wahrscheinlich... Jeder andere Stream hätte es besser getan für dein Framing. Überall anders hätte ich mich wahrscheinlich besser framen können. Aber ausgerechnet bei diesem Stream, wo das Gesamt... Wo mein ganzer Stream fast nur gegen Radikalismus gegangen ist. Gerade den willst du? Also... Er hat ja selbst geschrieben, dass er bekifft und vermutlich paranoid ist und im Nachgang kam aus seinem Umfeld noch die Info, dass es ihm gerade nicht gut geht und er jeden angreift. Deine Äußerungen zu seiner Psyche waren ja wohlgesonnen, dass man ihm sein Verhalten nicht nachträgt. Er hat das... Ja, genau. Und er hat legit... Mehrere Leute haben mir gesagt, dass ich nicht veröffentlichen soll, was er mir geschrieben hat, weil man ihn nicht ernst nehmen könnte aktuell. So als... Ja, Entschuldigung quasi noch. Das ist halt negativ ausgeliefert. Ja, absolut Lizzie. Das meine ich auch. Ich habe parallel Privatnachrichten bekommen von Leuten, die ihn kennen, die mit ihm privat... Ich auch. Und von einer Person, die ich jetzt auch nicht unbedingt... Also nochmal, Moralapostel, sehr gerne, wenn du jetzt mir weitere Stricke ziehen willst, dann erwähne ich noch mehr. Dann erwähne ich auch explizit, welche Personen mich angeschrieben haben, wo ich ganz genau weiß, dass du mit ihnen einen engen Kontakt hast. Aber das lasse ich jetzt erstmal alles raus. Nochmal, weil ich... Ja, ich sage die Namen von den anderen Leuten auch nicht. Jungen Moralapostel, Privatnachricht sage ich, weil er mich da drin beleidigt hat. Aber die anderen Leute haben ja jetzt nichts falsch gemacht, deswegen liege ich die nicht. Weil ich jetzt auch nicht mehr als notwendig sagen will. Aber nochmal, mach mir mehr Stricke und... Dann muss es halt sein. Weil ich lasse es auch nicht so stehen. Ich bin nicht dein Spielwahl. Ich bin nicht dein Idiot, Junge. Wenn du irgendwelche Idioten willst, dann... Nee, sollst du gar nicht. Hör damit auf, Mann. Wenn du nach Idioten suchst, hör auf. Das ist der falsche Weg. So, und genau aufgrund dessen, dass ich parallel auch von Leuten angeschrieben wurde. Ähm, auch Tage danach übrigens. Auch am Tag danach und so weiter. Ähm, Ja, aber ich finde es krass. Also, ich liege jetzt nicht, welche Leute, aber ich denke eigentlich, müsste die Leute, die da noch anscheinend in Kontakt mit ihm sind, von ihm noch viel mehr als, ja, keine Ahnung, rechts- oder NPD-nah oder sonst was geframed werden. Weil bei denen ist der Vorwurf zwar auch nicht begründet, NPD feiert keiner von denen, aber ich würde durchaus sagen, dass zumindest einer davon durchaus eher rechts als links ist. Habe ich in diesem Moment und aufgrund meiner eigenen Erfahrungen mit Jungmoral Apostel, habe ich in diesem Moment eigentlich das, was ich gesagt habe mit der Psyche und dem Kiffen, war eher für mich so bezogen, dass man sagt, hey Leute, seht es ihm nach. Das war in dem Moment meine Intention. Weil der Chat war ja genauso genervt von Jungmoral Apostel. Der Chat hat es ja genauso erlebt, dass seine Spam-Nachrichten gelöscht wurden. Also der Chat hat es ja gesehen, dass er sich wie das letzte A-Loch verhalten hat. So und in diesem Moment habe ich im Prinzip dann einfach für mich beschlossen, ja okay, ich beruhige damit so ein bisschen mich und auch die Zuschauer. Aber nochmal, wenn das falsch an mir war, es tut mir leid. Aber, was tut dir leid, Jungmoral Apostel? Was tut dir eigentlich leid? Hä, er ist doch gegen NPD. Also, keine Ahnung, indem er Leute denunziert und was gegen Menschen macht, die absolut nichts mit der NPD zu tun haben. Aber irgendwie scheint er trotzdem das Gefühl zu haben, dass er sich alles erlauben kann. Ist das Gunnergy auf keinen Fall. Ja, es ist Gunnergy. Und das will ich wissen. Und nochmal, ich werde dieses VOD, werde ich verlinken. Hat er das auch gemacht? Hier. Da, der ist verlinkt. Ich werde das runterladen, das VOD, damit es auch langfristig bleibt. Ich werde das auch privat als Link unter diesem YouTube-Video machen. Schaut euch das VOD komplett an. Ihr werdet sehen, es wird öfters auch gegen Rechtsradikalismus geschossen. Mehr als ausreichend, dass man auch ganz klar sagen kann, okay, auf so eine blöde Aussage von einem jungen Moralapostel hätte man echt nicht eingehen sollen. Und ich hoffe, ich habe euch jetzt auch verständlich erklären können, warum die Nachrichten gelöscht wurden. Und warum ich keine Stellung... Absolut. Also ich habe das seit dem ersten Mal, als ich es gesehen habe, direkt komplett verstanden. ...von Outlaw-PC und warum ich Menschen nicht beschuldige, wenn ich etwas nicht validieren kann. Ich hoffe, dass das alles verständlich war. Und, ähm... Abschließend, noch ganz kurz abschließend, möchte ich noch auf zwei Dinge hinweisen. Weil, äh, Content Creator haben begrenzt Möglichkeiten, um ihren Zusehern oder neuen Zusehern einen Ersteindruck zu vermitteln. Okay? Ohne, dass immer wieder ein neuer Zuschauer reinkommt und immer wieder fragt, hey, was machst du? Wer bist du? Wie steht... Ich about your food distanziere mich von... ...zu dem und dem und dem. Okay? Wir Content Creator haben da, also vor allem Streamer, speziell Streamer, haben nur begrenzte Möglichkeiten. Das wäre einmal Tags, dass man Tags nutzt. Da habe ich zum Beispiel drin, gegen Mobbing, Philosophie, Reaction, Deutsch, about a fruit, Realism, Agnostic, LGBTQIA+, Liberal, Brightmonth. Ja, ich habe drin, wartet, ich kann es euch auch vorlesen. Erstmal Skandal, dass er, dass er Dauergedankenexperiment nicht drin hat. Ich habe Deutsch, Meinungsblogger, Diskussion, Politik, Reaction, Diskussionen, Debatte, Dauergedankenexperiment und NATO-Safe-Space. Das sind meine Tags. Also ich würde schon mal sagen, alleine anhand den Tags, wenn man jetzt nicht absolut badfaith ist. Ich würde sagen, ich glaube, die NPD ist nicht pro NATO, oder? Dementsprechend ergibt das keinen Sinn. Könnte man anhand der Tags schon in etwa erahnen, wofür dieser Creator so in etwa steht. Okay? Und ich würde sagen, so gewisse Sachen wie Liberal, Brightmonth, LGBTQIA+, sprechen eher gegen NPD und Co. Das ist schon erstes Indiz. Okay? Ja, ich würde auch sagen, dass NATO-Safe-Space ein Indiz dagegen ist. Ich merke aber, dass ich Diskurs und Diskussion drin habe. Ich glaube, Diskussion kann ich tatsächlich rauslöschen. Da fällt uns bestimmt noch was anderes Lustiges ein. Das Zweite ist, sich die Bio durchzulesen, weil, wie gesagt, wir Content-Creator haben nur begrenzte Möglichkeiten. Okay, in meiner Bio steht halt drin, dass ich ehemalig MH-Creators bin. Ein Ersteindruck, vor allem als Streamer. Das heißt, die zweite Möglichkeit, die man als Zuseher hat, ist, sich die Bio durchzulesen. Und wenn man sich die Bio bei mir durchliest, sieht man auch direkt, Agnostiker und Pazifist strebt nach Egalitarismus und Toleranz. Kommunikation und Bildung als Schlüssel zum Frieden. Mit einem realistischen Blick auf die Welt. Okay? Freund von Frank Franz und der NPD. Lest ihr das da nicht rein? Das ist grob das, was da steht ungefähr, oder? Ist erstmal nicht viel Aussagen. Versteht mich bitte nicht falsch. Damit will ich auch sagen, aus genau diesem Grund haben wir Creator nur begrenzt Möglichkeiten als Streamer einen Ersteindruck zu vermitteln. Das bedeutet, eigentlich muss ich nicht zwangsläufig bei jedem neuen Zuschauer und Jung Moralapostel, du bist nicht Gott oder so, du bist nichts Besonderes. Doch, Jung Moralapostel ist der Moralapostel. Natürlich ist er Gott. Besonderer als andere Menschen. Nur weil du speziell jetzt hier Outlaw angegriffen hast, muss ich dir nicht antworten, weil du Jung Moralapostel bist. Der Göttliche. Nein. Also ich lese hier rein, Schein wäre ziemlich rechts. Ich behandle dich, ich habe dich eh schon sonderbehandelt. Aber man sollte NPD nicht rechts nennen. NPD Rechtsextrem, Rechtsradikale. Wenn ich dir zwei Timeouts gewährt habe. So, aber verlang nicht noch mehr. Wie zum Beispiel Menschen ohne Validierung zu stigmatisieren oder wie du das mit mir jetzt gemacht hast und daran sieht man schon deinen miesen Charakter, Bruder. Weil genau so... Soll ich in meiner Bio reinschreiben, ich distanziere mich von Doppelpunkt? Ich glaube, das mache ich. So. Machst du dich noch unglaubwürdiger. Selbst wenn ihr... Aber ich schreibe da nur Sachen rein, von denen ich mich wirklich distanziere, aber so in unterschiedlicher Stärke. Teile deines Videos stimmen sollten und das will ich gar nicht bewerten. Nicht ohne Grund schaue ich mir deine Reaction hier zu... Also deswegen schaue ich mir dein YouTube-Video gar nicht an. Ich gehe nur auf die Kritik gegen mich an. Ich will dir aber nur eins sagen, weil ich dir auch irgendwo nicht schaden will und ich will dir auch irgendwo nicht wirklich deiner Idee schaden. Deswegen reagiere ich nicht darauf. Doch, ich will deiner Idee schaden, weil der Outlaw die ganze Zeit geframed hat. Aber ich sage dir eins, damit machst du dich für mich unglaubwürdig, weil in dem Moment konnte ich nichts gegen Outlaw validieren. Ich wusste nicht, ob du lügst oder ehrlich bist. Aber jetzt, wie du mich behandelt hast, dieses Framing, diese Lügen, die du verbreitest und wie du mich darstellst, macht dich nicht glaubwürdiger, wenn es um Fakten geht. Also, wenn du bei mir schon so mies gelogen hast, wer sagt dann, dass du bei Outlaw nicht genau dasselbe vorhattest? Spoiler hat er. Also er hat halt das ganze Video unter der Prämisse gemacht, Outlaw ist rechtsradikal. Er hat aber nicht einmal bewiesen, außer mit Kontaktschuld über zwei Ecken, dass Outlaw rechtsradikal ist. Und ja, mir gefällt auch nicht, mit welchen Leuten Outlaw da gesprochen hat. Ich würde auch sagen, dass er durchaus mit Rechtsradikalen gesprochen hat. Aber das ist hier keine Verbindung. Ich sehe nicht den Kontext. Das ergibt keinen Sinn so. Du siehst, das ist eine schwierige Situation, weil wenn es am Ende stimmt, was du gegen Outlaw gesagt hast, wie gesagt, ich weiß es immer noch nicht. Wenn das stimmen sollte, dann hast du damit vielen Leuten mehr geschadet als geholfen. Dann hast du damit mehr Schaden angerichtet, weil du am Ende einfach nur deine Glaubwürdigkeit damit geopfert hast. Kurzfristig wie auch langfristig. Ja. Und das ist so albern. Du schadest damit nur. Man muss als Creator nicht jedes Mal eine Frage erneut beantworten. Nicht immer und immer wieder. Wenn immer wieder eine reinkommt, hey sag mal, was machst du hier gerade? Sag mal, bist du gegen NPD? Hey sag mal, was machst du hier gerade? Hey sag mal. Ich meine allein statistisch gesehen, wie unwahrscheinlich ist es, dass man Fan der NPD ist. Bist du gegen NPD? Und das immer wieder. Bruder, ich würde nichts anderes mehr machen. Vorteil daran, es werden immer weniger Zuschauer da, weil man ja kein Content mehr liefern würde und dann müsstest du dich auch weniger distanzieren. Und vor allem in einem Stream, wo es gegen Radikalismus ging, ist das noch viel absurder. Gutes Video. So, ich glaube, wir schauen uns jetzt nicht mehr ganz fertig, weil es schon ziemlich lang geht. Nun ja, was soll man sagen, es ist, es ist jung Moralaposte. Ich habe nicht viel von ihm gehört. Ich habe nur mitbekommen, dass er mich random plötzlich beleidigt hat, obwohl wir davor, I guess, cool waren. Aber lasst auf jeden Fall mal ein Like und ein Abo da, wenn euch diese Reaction hier gefallen hat. und wir sehen uns dann im nächsten Video. Ich distanziere mich von der NPD und der Heimat. Wählt die bitte nicht. Ich weiß gar nicht, ist eine Stimme schlimmer bei der Heimat oder bei der AfD? Keine Ahnung. Lasst beides bleiben. gegen literally tiden. Way bis 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 Untertitelung des ZDF, 2020